Ich habe Fernseher im Moment des Ausschaltens fotografiert und den Moment des Zusammenbruchs des Bildes festgehalten. Also es ist bei mir noch nie untergekommen, dass es jemand geschafft hat, wirklich zu erraten, was es ist. Deswegen sind die Reaktionen, wenn ich das dann auflöse, was es ist, ist immer so ein Aha dann. So, ah ja, okay, stimmt ja, habe ich ja schon mal gesehen. Grundsätzlich gehe ich natürlich lieber in die Läden, weil man wirklich weiß, was man kriegt und man weiß, die Fernseher funktionieren, man kann sie ausprobieren und so. Wobei ich auch gerne die Momente habe, wo ich dann zu jemandem hinfahre, der den Fernseher privat verkauft, weil das sind auch immer lustige Geschichten. Also man geht ja zu den Leuten nach Hause und guckt da irgendwie den Fernseher an, macht den da vielleicht auch noch mal ein paar Mal an und aus und sagt, ja, die nehme ich mit. Hat auch so ein bisschen was Mysteriöses, was will der jetzt damit und so. Also, das macht auch Spaß. Wenn ich ihn dann wirklich ernsthaft fotografiere, dann muss ich halt auch so ein bisschen die Verhältnisse dafür schaffen und dann geht es halt darum, möglichst den richtigen Moment zu treffen. Klar ist es immer anders, dieses Zusammenbrechen. Wenn man schon so eine Formation auf dem Fernseher dann gesehen hat, die man will, dauert schon lange, die dann noch mal so einzufangen. Dass die Fotos dann wirklich in den Druck gehen, passiert eigentlich doch relativ viel. Es ist tatsächlich so, dass es wegen der großen schwarzen Flächen schwierig ist. So kleinste Staub-Einschlüsse sieht man natürlich. Ja, diesen Weg so von der Idee bis zu dem Moment, wo man dann einen Preis kriegt und die Bilder an die Wand hängt und man kriegt so den Applaus dafür. Das hat dann auch noch mal diesen ganzen Aufwand und diese ganze Beklopptheit dann so gerechtfertigt. Also ich würde sagen, mein ganzes Selbstbewusstsein so als Fotograf oder als Künstler ziehe ich natürlich auch ganz extrem aus dieser Zeit. Nur dadurch konnte es eben auch weitergehen. Nur dadurch kann es eben auch weitergehen.